Moin und hallo und herzlich willkommen bei Kleingang Umba. Heute mit dem Verlosungsvideo. Und ja, da haben sie sich insgesamt 8 Kinder gefunden. Vier für Physalis und vier für Muskat. Ich bin heute draußen unterwegs zu meinem Garten. Wollte man am rechten sehen. Hat gerade aufgehört zu regnen. Von daher habe ich gedacht, komm, schnell mal raus in die Eiseskälte. Wunderbares da draußen. Für mich auf jeden Fall. Geiles da draußen. Also ganz ehrlich, ein bisschen einpacken. Dann geht's doch klar. Dann sind wir mehr. Jetzt sind wir mal in einem schönen wunderbaren Garten. Blick mal in den Garten. Wunderbar. Richtig geil. Immer alles tot hier. Sagt man so. Und ja, schnell mal aufschließen. Schnell mal reingucken. Wie gesagt, sie haben sich 8 Kinder gefunden. Ich werde sie alle einblenden. Noch mal reingucken. Alle einblenden. Ja, links und rechts. Also wie gesagt. Und ganz easy, ganz einfach. Ihr meldet euch unter meiner E-Mail-Adresse. Ja, die blende ich euch unten ein. Und ja, einfach melden. Oh, danke jetzt nicht. Einfach melden, anschreiben. Ihr könnt mich auch über Facebook anschreiben. Über Instagram. Ich habe meine eigene Facebook-Seite. Aber wie gesagt, mein Privatprofil, Facebook-Seite oder Instagram. Also, es ist kein Thema, kein Ding. Irgendwie werden wir uns finden. Ja. Und ich freue mich über die Sendung. Ganz, ganz viele Kommentare. Ja, unter meinem Video. Das Video war echt kurz. Ja. Viele haben geschrieben. Kurz und knackig. So muss es sein. Ja, ganz ehrlich, liebe Freunde. Ich habe mir viele, viele, viele Gedanken gemacht. Viele Gedanken gemacht. Äh. Ja. Zum Schluss bin ich gekommen, dass ich das Video irgendwie kurz und knapp halten sollte. Ja. Ohne jeglichen Damp-Damp, sag mal so. Ne. Und ehrlich. Eine Minute und sieben. Die kann man glaube ich nicht schlagen. Ich glaube, ich habe kein kürzeres Video gesehen momentan. Also wie gesagt, naja, war ein reiner Zufall, dass es so kurz geworden ist. Ich habe auch viele Dinge vergessen zu sagen im Video. Natürlich habe ich auch viele vergessen zu erwähnen, die am selben Tag auch ein Türchen hatten. Tut mir echt leid für diejenigen. Aber wie gesagt, ich hoffe, es ist keiner zum Schaden gekommen. Und dennoch hat es mir echt, echt, echt viel, viel Spaß gemacht. Ja. Und es fängt gerade an zu regnen, liebe Leute. Ich halte mich kurz. Ich befasse mich kurz. Ja. Meldet euch unter meiner E-Mail-Adresse. Meldet euch auf Facebook, Instagram oder auf YouTube. Ich werde euch die Pakete zuschicken. Ja. Jeweils ein Sametütchen für Salis oder Muskat. Und naja, ich wünsche euch viel Spaß. Frohes Neues nochmal. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefeiert. Ja. Auch gut Weihnachten gefeiert. Ich komme auf das kleine Däschlein hier. Haha. Wie geil. Naja. Einfach wie gesagt. Äh. Ja. Ist doch Bombenwetter. Ganz ehrlich. Immer. Zu viel Jahreszeit. Kein Forst. Kein Schnee. Leider. Leider sagt man kein Schnee. Und äh. Guckt euch doch mal an hier. Guckt euch das doch mal an hier. Also wie gesagt. Mein Gott. Es ist. Es ist kalt hier. Die Bäume sind nackt. Ja. Und äh. Und äh. Ich freue mich auf den geilen Sommer, der wieder kommt dieses Jahr. Ich hoffe, es kommt ein geiler Sommer dieses Jahr. Und äh. Ja. Liebe Freunde. Macht es gut. Ich bin weg. Ne. Und beziehe mich wieder im Dunkeln, sag ich mal. In Tocke nennen. Ja. Und äh. Bis dann. Ciao. Für alle, die noch dran geblieben sind. Guckt euch mal an. Der Knoblauch kommt. Geh langsam im Beet. Die zwei Reihen. Und natürlich auch im Hochbeet. Drei Reihen. Gesteckt. Wunderbar. Also was für immer mehr. Knoblauch. Dieses Jahr. 2019. Läuft.